Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch zeigen, wie ihr die ganzen Aufträge von Woche 5 Seasons erleben könnt. Los geht's! So, für die nächste Aufgabe brauchen wir ein Scharfschützengewehr. So, genau da habe ich die Waffe jetzt gefunden. Die Waffe brauchen wir jetzt einmal und jetzt zeige ich euch gleich, was ihr damit machen könnt. So, ich muss versuchen, gegnerischen Fahrzeuge Schaden zu verursachen und zwar 600. So, jetzt nehmen wir mal den hier, einmal und somit habe ich auf jeden Fall die Aufgabe geschafft. Seht ihr ganz einfach, ihr müsst einfach nur gegnerischen Fahrzeuge 600 Schaden machen mit einem Schuss. Dann habt ihr die Aufgabe auf jeden Fall geschafft, ganz einfach. Wenn dein Video dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Wenn ich dir weitergeholfen habe mit den Aufgaben, abonniere meinen Kanal für weitere Videos, die ich hochladen werde. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß! Of course!